Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamp. Ja, das letzte Mal haben wir wieder kläglich versorgt und ich habe ja schon so eine kleine Anmerkung fallen lassen, dass ich dieses Mal mit Kane spielen möchte. Ja, wie ihr seht, Kane hat den Lucky Foot. Und wir haben hier gleich den Itemraum und bekommen eine 3 Dollar Bill. Das heißt, wir haben in jedem Raum andere Tränen. Mal sehen, wie ich mich in diesem Run anstelle, da Kane ja nur zwei Startherzen hat. So, okay. Mal hier noch die Kacke wegmachen. So. Nein, Schlüssel möchte ich aufheben. Ja. Au. Es war so klar. Jetzt habe ich auch noch diesen blöden Schuss, der immer wieder nach hinten fliegt. So. Kane heißt, keine schlechten Pillen, bis auf Bad Gas. Und, glaube ich, I found Pills. Tears up. Ja, ist ja nicht mal schlecht. Äh, ein halbes Herz wäre gut. Wow. Kane pinkelt. Äh, möchte ich da wirklich rein? Hm. Hm. Als allererstes möchte ich mal schauen. Normalerweise müsste hier der Geheimraum sein. Nein. Und wieder mal eine Bombe verschwendet. Na gut. Na, auch noch Gemini. Da, 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 da. Wenigstens habe ich anständige Schüsse. Tu's, Schott. Ist ja nicht mal schlecht. So. Wow. Was geht denn mit dir? Geht's vielleicht noch schneller? Ja. So, da bleibst du jetzt, bitte. Da, da, da. Oh. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh. Monstrous Tu's has appeared in the basement. So. Äh. Was hat denn die Peitsche nochmal gemacht? Shoot Speed Up. Okay. Ähm. Ja, eine Bombe haben wir nicht mehr. Dann würde ich nur sagen, ab in die nächste Ebene. Ich möchte diesen Run einmal schaffen. So. Nach unten. Nein, nein, nein. Nicht schießen. Nein, nein, nein. Oh. Den Flat Penny. Oh, und ihr schon wieder. Oh. Hört auf, mich anzuspringen. Slow, slow, slow. Na, komm runter. Komm her jetzt. Nein, nicht so nah. Du auch noch. Ja, und an diese Kiste komme ich natürlich mal wieder super ran. Ich finde hier, Kane hat ein paar Striemen im Gesicht. Na, super. Jetzt habe ich auch noch den Schuss. Moment, kann ich da ein bisschen durchschießen? Ein bisschen schummeln? Na. Na. So. Einmal den hier. Na, komm schon. Und du auch noch. So, schön. Eine Bombe. Ach komm. Vielleicht kriegen wir ja was Schönes in dieser Kiste. Eine Pille. Cheers up. Hm. Wow, das war der Dreierschuss. Äh, ich möchte hier weiter. Oh, ihr schon wieder. Au. Mein Rüstungsherz. Aber zumindest haben wir schon mal den Item Raum gefunden. Na. So, eine Münze. Zehn Bomben. Na. Ist jetzt nicht gerade das beste Item. Aber besser als nix. So. Der Schlüssel, glaube ich, war, dass ich in alle goldene Türen komme. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Genau. Sprengt euch selber in die Luft. Ihr seid so doof. Oh. Oh ne. Oh ne. Oh ne. So. 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 Wow. Wenigstens gut Damage. So. Stirb. Geh sterben. Ähm. Okay. Ach so. Das ist wahrscheinlich der Flat Penny. Ähm. Ähm. Ja. Der Shop lohnt sich ja jetzt noch nicht wirklich. Mit drei Münzen. Aber wir könnten mal schauen. Wir haben zehn Bomben. Na. Sieh mir einen an. Okay. Okay. Also der Flat Penny im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, äh, gibt uns einen goldenen Schlüssel, wenn wir, ah ja, wenn wir Geld aufsammeln. Eigentlich bräuchte ich das Item jetzt nicht mehr. Nehme ich mir die Leiter mit. Ach komm. Ich werde es zwar wahrscheinlich bereuen. Aber somit komme ich doch eventuell an ein paar Items ran. Und wieso komme ich hier nicht rein? Das stinkt doch. Ab zum Boss. Isaac. Kane versus Famine. Wieso komme ich jetzt auf Isaac? So. Und schon wieder den Two-Shot. Ist nicht mal schlecht. Äh. Au. Ich lasse mich hier schon wieder treffen. So. Genau. Charge ein bisschen. Hör auf. Mit diesen Kugeln nach mir zu schießen. Stirb endlich. Und ich hätte gern, ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte gern einen HP-Upgrade, aber ich kriege ja bei denen nur den Cube of Meat. Ach super, jetzt habe ich hier drinnen auch noch Spectral Tears. Mit denen kriegt man dann das Feuer so gut aus. Äh, na komm, ab in die nächste Ebene. Mit zwei Herzen. Bin nochmal gespannt, ob dieser Run überhaupt was wird. Schön. Sprengt mir den Geheimraum auf. 99 Bomben. Der Pyro. Na, jetzt haben wir schöne Haare. Zinschnurhaare. Äh. Und auch noch den Dreierschuss. So. Du gehst sterben. Und du da unten gehst sterben. So. Und du da unten auch. Schön. Äh. Was haben wir denn da unten? Äh. Äh. Au. Schon wieder so viel dummer Schaden. Und ich habe doch nur zwei Herzen. So. Jetzt gibt es wieder einen goldenen Schlüssel. Nein, leider nicht. Äh. Wie mache ich das denn am blödsten? So vielleicht? Oh, jetzt wäre ich da beinahe in die Fliege reingerammt. So, einmal. Wir haben ja genug Bomben. Na, komm her. So. Und das Häufchen möchte ich auch noch kaputt machen. Genau. Versteck dich hinter dem Stein, dass ich dich ja auch nicht treffen kann. Oh, Mann du. Ah, hier haben wir den Boss. Ja. Ja. Zumindest. Ah, Homing-Shots. Schön dazwischen stehen bleiben. So. Boah, das war knapp. Ein halbes Herz. Ähm. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht rein. Mit unserer HP. Ist das. Ja. Ein kleines Selbstmordkommando. Weil ich verliere ein komplettes Herz. So. Na komm. Und den nächsten. Kackehaufen. Dann noch einen. Stirb. Äh. Ist der nicht noch irgendwo? Da ist doch noch ein Kackehaufen. So. Einmal diesen Automaten in die Luft sprengen. Da wir eh keine Kohle haben. Na. Sieh mal ihn an. Oh, ne. Nicht ihr. Ich verstecke mich am besten wieder hier hinter dem Stein. So. Der Nächste bitte. Jeder wird. Boah, wieso hast du dich da rausgeglitscht? So. Itemraum. Oh, ein Damage ab. Und ein Hals. Boah. Cool. So muss das. Na, klasse. Jetzt kann ich mir den Kompass nicht leisten. Äh. Aber. Ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Dann. Was haben wir denn hier rechts noch? Na klar. Au. So. Einmal dich in die Luft sprengen. Einmal dich da unten in die Luft sprengen. Dich auch noch gleich. Ich will nicht mit euch spielen. So. Ein Herz. Wir könnten vielleicht doch noch in den unteren Raum gehen. Äh. So. Nacheinander. Schön nacheinander. Na komm schon. Zieh dich nicht so. Zack. Was haben wir denn hier drin? Ach komm. Oh. Ja klar. Ich renne in ihm natürlich voll rein. Aber voll. Ach. So. Was kommt als nächstes? Auch ihr. Und da ist auch ein Schneider dabei. Da 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 da. Ja ja. Nein. Stirb. Und du auch. Ja. Stirb jetzt. Geh sterben. Äh. Träum ich halt ein bisschen. Ey. Von den Zweifeln. Keiner sterben. Wieso treffe ich die nicht anständig? So. Jetzt aber. Der. Jedes Mal rutscht der hier so rum. Oh. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Nicht treffen lassen. Nein. Nicht treffen lassen. Au. Das. Äh. Was sind das für komische Schüsse, die ich da von mir gebe? Au. Okay. Mit dem Raum unten wird's wahrscheinlich doch nix. Ja. Echt nervig. Mal schauen. Vielleicht, ähm. Stell ich mich beim Boss nicht gar so doof an. Haben wir vielleicht hier noch was? Nein. Vielleicht so ein Raum mit einem weißen Herz vielleicht. Nein. Oh. Hier vielleicht. Nein. Moment. Wir haben ja genug Bomben. So ist es ja nicht. Hier vielleicht. Nein. Na, dann würde ich doch sagen, ab zum Boss. Bin ja gespannt, wer es ist. Oh. Das ist ein Husk. Ja. Fliege, stirb. Fliege, stirb. Oh. Oh. Zum Glück habe ich hier gut Tiers ab dabei. Na komm. Geh sterben. So. Sauber. Nein, nein. Ah. So. Da möchte ich aber noch in den Raum. In den einen. Nachdem da zwei Herzen liegen. Au. Ja. Boah. Knapp. Aha. Nützt mir doch nichts. Ich habe doch nur drei Herzen. Ich kann doch nicht von meinen drei Herzen schon was hergeben. Wäre ja voll fail. Oh. Hier noch was drin. Ach. Da bist du wieder. Ist auch noch ein bisschen buggy. Oh. So. Geh sterben. So. Ähm. Zack. Schlüssel. Äh. In den Shop möchte ich noch nicht. Ich möchte mal in die Luft springen. Vielleicht gibst du mir was Schönes. Was ist das denn? A missing page. Hm. Hm. Ja. Geh sterben. Geh sterben. Ihr seid absolute nervige Gegner. So. Ihr hingegen seid relativ einfach. So. Und so. Ne Pille. Telepils. Na klar. Au. Au. Na komm. Das war jetzt so dumm. Au. Hm. Okay. A missing page ist... Ach so. Das ist quasi Items ranziehen, oder? Nö. War das Herz jetzt gerade... Hier. Frisst ne Bombe. Frisst noch ne Bombe. Ja. Oh. Ihr seid einfach zu schnell. Gott sei Dank bin ich mit Cain unterwegs. Ja. Ne Trollbombe. So. Was haben wir denn hier? Ein Blutspendeautomaten. Hm. So. Einmal nach oben. Na klar. Ja. Na. Da 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 da. Der Boss. Äh. Habt ihr hier vielleicht den Geheimraum? Nein. Die hebe ich mir mal auf. Nein. Ich möchte die Missing Page behalten. Schlüssel haben wir drei. Und ich hab noch nicht den Itemraum gefunden. Einmal. Zweimal. Und in den Shop könnten wir, wenn wir noch zwei Münze finden, könnten wir auch noch in den Shop gehen. So. Ne Bombe. Wir haben ja nicht genug. Nein, nein. So. Ihr könnt mich mal. Geh sterben. Da 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 da. Na. So. Jetzt sauber. Geh sterben. Schlüssel. Mach schon wieder so'n Raum. Nein. Hier vielleicht. Nein. Wo ist denn der Geheimraum? Moment. Hier vielleicht. Hier hab ich auch noch nicht nachgesehen. Nein. Hm. Hier. Oder hier. Nein. Na. Fliegen, fliegen, fliegen. Äh. Erstmal in den Itemraum. Die weiße Spritze. Was hat jetzt die nochmal gemacht? Speed und Shot Speed. Okay. So. Ich hoffe, ich komme hier ohne Damage durch, wollte ich sagen. Ja, klar. 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 Oh, Mann. Uah. So. Ich brauche ein Herz. Ein Herz zu dringen. Dankeschön. Ähm. Ähm. Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Keinen Schaden nehmen. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Na, geht doch. Oh, soll ich da wirklich zocken? Ach, komm. Liberty Cap. Ich glaube, war das nicht was mit blauen Herzen? So. So. Bleib bloß hier in der Reihe. Dankeschön. Oh, ein Herz. Oh. So. Du noch. Du noch. Und du auch noch. Dankeschön. Eine Pille. Hältst ab. Oh, pretty fly. Nein. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Aber, ähm. Was ich nochmal schauen könnte. Wäre hier, ob hier vielleicht noch ein Raum drunter ist. Nein. Ach, Moment mal. Ich könnte ja gleich hier rausgehen. Spare ich mir ein bisschen Weg? Ich. Ich.